Klasse Kombination von Kalinikos-Greanga. So nimmt er normalerweise die Abwehrspiele auseinander, auch die besten der Welt. Und so wehrt er drei Satzbälle in überzeugender Manier ab. Ein Abwehrer ist ja im Semifinale Josej Juk in Kumajörso mit dem Weißrussen Yevgeny Shittinin und hat sich bei der WM fortgesetzt. Satzball nun für Kreanga. Nachdem er drei Satzbälle abgewehrt hat, aber durch fünf Punktgewinne in Folge. Und was für Punktgewinne. Vize-Europameister im Einzelwahl im vergangenen Jahr. Sie erinnern sich sicherlich gegen Timo Boll im Finale von Zagreb. Zwei zu vier verloren, Kreanga. Aber bei Weltmeisterschaften hat er noch nie eine einzelne Medaille geholt. Kreanga, unglaublich, ein Spätstarter, Sondergleich. Neun. Ah, das sind Bälle, die er auch durchaus öfter mal trifft, Kalinikos Kreanga. Das wären dann vier Satzbälle gewesen. Aber noch ist es nicht so weit. Aber jetzt eigener Aufschlag bei 9-7. Die Chance also mit dem eigenen Service die Partie zu beenden. Und da verschafft er sich drei Matchbälle. Der Mann aus Athen. Exzellente, hochkonzentrierte Leistung. Gegen einen der besten Abwehrspieler der Welt. Gegen Chen Wai Xing. Und auch ein toller Abwehrspieler.